Okay, gut. Ja, normalerweise, also das kommt jetzt drauf an, wenn wir jetzt schon eine Menge Coaching Sessions hätten, dann würden wir jetzt wahrscheinlich eher in Arcon gehen. Aber normalerweise schaut man sich ja Replays an und ich erkläre dir dann ganz viel Zeugs dazu und du stellst ganz viele Fragen und ich beantworte sie alle. Also so geht das normalerweise. Ja. Und ich denke mal, das macht hier dann auch am meisten Sinn. Ja. Bist du schon online? Ja, genau. Dann habe ich dich noch nicht geadet. Da muss ich das noch machen. Das ist leiser, mach noch. Ah, du müsstest mir die Kontaktdaten nochmal geben. Achso, äh, ModMoto eigentlich. Aber ich weiß meine Nummer nicht. ModMoto. Und ich gucke mal, 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 ich gucke mal nach. Machst du das schon länger, so Coaching? Ich habe jetzt damit angefangen. Ah, okay. Also für mich ist es, ich habe es mal früher gemacht, aber halt so, ja nicht wirklich intensiv, sondern halt ab und zu mal. Aber jetzt so richtig gescheit bin ich jetzt erst gerade dabei. Ja, okay. Moment. Komm, aus. 134. Ist das Doppel-O, ModMoto? Äh, ja. 134. Also ich habe jetzt eine rausgesendet, eine FA. Ist die da? Ne, dann nicht, ne. Dann adde du doch einfach nicht, das geht wahrscheinlich einfacher. Ja. Ich habe das im Chat geschickt auch, also. Ah, okay. Ah, nur ein O, okay. Wir kriegen das schon hin. Ich habe gedacht, ob insgesamt zwei Os. Achso, ne, ne. Okay, Moment. Königsmensch, bist das du? Ja, genau, ja. Okay, super. Dann gleich in die Party einladen. Guck, deswegen wollte ich noch mal wissen, was du machen wolltest. Weil ich habe jetzt letztens erst auch einen bekommen, der spricht, der möchte dann auch Deutsch. Ja. Und der ist bloß Silber, hat das gemeint. Jetzt dachte ich, du wärst es gewesen und, äh, so, so viel zu handeln. Aber passt schon. Ja, passt. Okay. Okay, super. Also ich habe mir die ganzen Replays von dir angeschaut. Ja. Die du mir da geschickt hast. Und, ja, da ist auf jeden Fall Potenzial dahinter, da sich zu verbessern. Ja. Was ja erstmal eine gute Sache ist. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir uns jetzt auf einen Match abstürzen sollen. Ähm, das TVP war zum Beispiel, also da San Station war einfach viel zu wild. Das nehmen wir jetzt am besten mehr. Und 3-Rex Reaper ist auch ein bisschen arg speziell. Da musst du eigentlich quasi, ja, wenn du das defenden willst. Es war eh auf einer Map, wo man das normalerweise nie sieht. Hier, King's A-Jong Station ist halt so. Moment, das TVP, 3-Rex Reaper. Ja, genau, ja. Das war, also normal siehst du das auf der Map gar nicht. Ich hätte gesagt, wir schauen uns das TVC an. Ja. Gegen diese Ultralisken. Ja, genau. Weil da, glaube ich, habe ich am meisten gesehen, wo man sagt, hier, da kann ich hinzeigen und da kann ich hinzeigen. Ja, klar. Also, ich meine, ich habe es mir später auch nochmal angeguckt, weil es war ja relativ langweilig, irgendwie immer so 30 Supply vorne. Ja, teilweise warst du, kannst du dein Mikro noch ein Stück lauter machen, meinst du, es geht nicht? Moment, das ist ein bisschen kurz das Ding. Ah, okay. Und ich gucke, ob das im Skype geht. Skype müsste es gehen. Aber ich habe dich schon auf Lautsprecher ganz laut, ich kann dich nicht mehr lauter stellen auf meiner Seite. Moment. So, das ist Maximum, glaube ich. Okay. Pass. Nee, ist gut. Also, teilweise warst du halt auch, ich glaube, sogar 70 bis 80 Supply vorne. Ja. Und hättest du das Spiel sehr leicht beenden können. Aber da hat dir so ein bisschen der Überblick gefehlt, der Killer Instinct auch. Ja, das ist, wenn ich öfters mal meine Replays später angucke, sehe ich das auch öfter so. Auch gerade, ich habe das an TVT gehabt, wo ich auch mega lang, das habe ich dir, glaube ich, auch geschickt, mega lang im Endeffekt vorne war, auch mit Basen, habe ich das am Spiel auch gemerkt, aber dann halt immer noch total gefehlt. Irgendwie haben wir 4.000 Mineralien gehabt und so. Das Spiel, was du da hättest machen sollen, wo du dann plötzlich 8.000 und 4.000 hattest, geh auf Battlecruiser. Wenn du das Geld hast, 4 Starport, Fusion Core, Armory für die Upgrades, Battlecruiser. Weil Battlecruiser gewinnen gegen Marines immer, wenn es gleiches Supply ist. Also, wenn du jetzt 100 Supply Battlecruiser hast gegen 100 Supply Marines mit Medivacs, Battlecruiser gewinnt. Und mit Yamato kannst du Tanks rausnehmen, gegen Vikings sind sie auch nicht so schlecht. Also, einfach dann starten Multidrops, um Supply frei zu machen und dann noch Battlecruiser hinterher attacken. Ja, okay. Und sobald du dann 8 Stück hast, kannst du rüberrennen und gucken, wie viel Schaden geht. Ja, ja. Weil der Gegner, der hatte die Hälfte deiner Bank, hätte auch auf Battlecruiser gehen können, habt ihr halt beide nicht gemacht. Ja, ja. Aber das ist so eigentlich auch im TVP nicht so, aber im TVT und im TVC auch so ein bisschen zumindest. Im Late Game ist als Terraner gehst du meistens irgendwann auf Sky. Okay, ja. Ja, aber nicht schlecht. So, jetzt schauen wir mal. Du hast jetzt hier... So, jetzt... Ich glaube, du spielst diesen 16 Marine. Ja, den habe ich probiert. Den habe ich sogar, glaube ich, gemacht. Ich weiß gar nicht. Ja, aber dir fehlt so ein bisschen die Übung, um das durchzuspielen. Die Factory ist ein bisschen spät. Die Refinery ist ein bisschen spät. Du bist jetzt vorne am Reaper dran. Da fehlt halt das Multitasking oben. Ja, nee, das schon. Und das so... Also, was mir auch aufgefallen ist, ist das, wie du deine Basis aufbaust. Ja. Das ist so ein bisschen... Ein bisschen wild. Also, ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ja. Aber generell möchtest du halt versuchen, als Terraner die Basis zu strukturieren. Also, wenn du jetzt zum Beispiel guckst, zwischen dem Tech Lab und der Barracks, wenn du jetzt Minen spielst, würdest du da gerne ein so ein Feld frei haben. Ja. Und wenn du Tanks spielst, quasi eine Supply Depot-Lücke dazwischen, damit Tanks und Tor rauskommen können. Okay. Und dann halt auch schauen, dass du immer, so wie du es jetzt bei der Factory machst, immer in einer Reihe runter, so fünf Gebäude aneinander in einer Reihe runter, dann eine Lücke lassen und dann die nächsten Gebäude. Und dann, ja, okay. Dann eine Lücke, also neben dem Add-On normalen Supply Depot, also zwei Käste nochmal freilassen. Genau, wenn du Tanks spielst, da ein Supply Depot. Wenn du Minen spielst, dann reicht ein Sensor-Turret als Lücke. Ja. Hilft halt ungemein gegen Salads und Zerklinge. Und nach unten machst du halt alle fünf Gebäude in der Linie nach unten auch so eine Lücke, damit die Einheiten halt raus können. Okay, ja. Und dann hast du die Basis schön strukturiert. Du hast einen besseren Überblick. Es ist auch für die Verteidigung, es ist einfach viel, viel besser. Ja, okay. Weil so halt, dass du jetzt halt zum Beispiel, wenn du es guckst, zwischen der Barracks und dem Starport, wo er jetzt ist, da ist sehr viel Platz. Jetzt stell dir vor, das wäre ein bisschen besser strukturiert und der Gegner will da durchrennen und du hast dann eine Widowmine oder einen Tank dahinter stehen und dann Marines zum Blocken und der will da durch. Der frisst so viel Flächenschaden. Ja. Bringt ihn halt einfach um. Jetzt haben wir hier einen sehr schönen Punkt, wo du übelst Supply Block bist. Ja. Auf krassestem Niveau Supply Block. Und das ist gut, dass wir das jetzt sehen, weil da gibt es einen relativ einfachen Trick, wie du das verhindern kannst. Mit ein bisschen Übung. Ja. Und zwar weiß ich nicht, ob du das benutzt, aber es gibt ja diesen untätiger Arbeiter-Button, diesen Idle Worker-Button. Ja, ja, genau. Und du kannst die angewöhnen, da musst du halt gucken, wann es genau passt. Ich fange eigentlich erst damit an, wenn ich zwei Basen komplett saturiert habe, weil ich bis dahin das ganz gut im Blick habe. Bei dir wirst du wahrscheinlich schon früher damit anfangen müssen, dass du das SEV vielleicht ab, jetzt gehen wir mal nochmal ein bisschen zurück, vielleicht ab 30 Supply oder was. Lass mal gucken, wo das bei dir jetzt der Fall sein muss. So, jetzt hast du noch, weil der Bild, den du spielst, also wenn du den Crisp runter spielst, ist er sehr mächtig. Ja. Von dem her würde ich den auch, ich würde ein paar mal üben, weil er schon schwer ist, vor allem nach dem 5-Minuten-Timing, wo ja die Medivacs mit den 16 Marines rauslaufen. Danach fängt es erst an, richtig kompliziert zu werden mit Doppel-Ebay, die Gase, Supply-Depot, Command-Center, Tanks dahinter und pushen währenddessen, dass es unglaublich viel Multitasking gibt. Also das krieg selbst ich teilweise nicht gescheit hin, weil es halt wirklich bian-mäßig ist. Aber was du probieren kannst für deine Supply-Blocks ist zum Beispiel ab jetzt ungefähr, 3,30 ist glaube ich ganz okay. Eigentlich willst du, sag mal ab 40 Supply, ab 40 Supply kannst du damit anfangen. Aber vielleicht auch schon jetzt, das musst du halt dann gucken, wie es für dich besser passt, wie gut dein Makro ist, dass du dir ein SEV nimmst, Supply-Depot baust, zum Beispiel direkt hinter deine Mineral-Line oder als Wall, in TVC als Wall und dann nicht zurückschicken. Du schickst es nicht zurück mit Shift auf die Mineralien, sondern lässt es stehen. Und dann alle 21 Sekunden, solange braucht ein Supply-Depot, poppt dieser Button auf, wenn das dein einziges SEV ist, das halt nichts zu tun hat und du siehst, wenn du das Auge drauf hast, ah, wieder Supply-Depot bauen. Und dann bist du konstant alle 20 Sekunden am Supply-Depot bauen, weil alle 20 Sekunden dieser Button auftaucht. Ja. Und bei der zweiten Basis, wenn die dann halb saturiert ist, nimmst du das zweite SEV wieder zu und baust dann so lang zwei Supply-Depots immer konstant, bis du halt 200 Supply hast. Das funktioniert sehr, sehr gut. Okay. Dann hast du nicht diese Supply-Blocks und dann musst du auch nicht Supply-Callen. Und ich glaube, in diesem Spiel hattest du sechs Call-Downs auf Supply-Depots, was halt 600 Mineralien... Ja, das habe ich relativ häufig, ja. Das sind 1200 Mineralien. Das sind halt zwei Command-Center und nochmal drei Barracks oder was. Ja, ja. Also das ist schon sehr, sehr viel. So, was du jetzt hier schön machst, ist Scouten und du siehst, den Leer durchkommt. Und das Beat noch nicht fertig ist. Also das ist ein riesen, riesen Scout. Normalerweise würde Speed... Das habe ich nicht gerafft, ne. Ja, siehst du. Normalerweise würde Speed nämlich bei 330 fertig werden. Das heißt, der Reaper wäre jetzt auf jeden Fall gestorben. Ja. Also bei 330, wenn es Hatch, Gas, Pool ist, dann wird Speed bei 330 fertig. Und du kannst auch sehen, wenn jetzt dein Reaper reinkommt, das ist bei fast jeder Map so. Bei der Natural vom Zerg. Und du siehst keinen Creep, sondern die Hatch wird erst fertig. Dann war es Pool vor Hatch und Speed wird ungefähr 30 Sekunden vorher fertig sein. Das heißt, der Reaper muss viel früher weg. Und es kann sein, dass Zerglinge rüberlaufen, je nachdem, wie weit die Hatchery ist, um dein Command-Center auf dem Low-Ground, wenn du es baust, zu canceln. Ja. Also wenn der Reaper rüberläuft und die Hatch ist erst zur Hälfte fertig, dann hast du ein Riesenproblem, weil dann die Zerglinge schon eigentlich fast bei dir sind. Deswegen, es ist gefährlich, nur einen Reaper zu spielen. Ich weiß, das ist Standard, macht auch jeder. Und in den meisten Fällen spielt Zerg nicht so ein aggressives Opening, wo sie halt rüberlaufen, um das Command-Center zu canceln. Aber wenn sie es tun, dann ist es halt ärgerlich. Deswegen, ich derzeit Hot-Style spiele mit zwei Reaper, sechs Hellions, into Benji, into Viking, mit einem sehr frühen dritten Command-Center. Ist auch so ein bisschen Anti-Meta. Musst du dir überlegen, ob das läuft. Die Build-Order ist auch sehr schwierig, vom Multitasking her. Weil du halt vorne mit den Hellions stressen musst, dann kommt ein Benji dazu, dann musst du die Add-Ons, also die Gebäude liften, Double eBay, die Gase saturieren. Du hast super früh ein drittes Command-Center zum saturieren. Ist schwierig, aber mit genug Übung, definitiv mächtig. Ich mache mir jetzt mal ein paar Notizen hier. Idle Urker Supply Trick. 3,30 Speedlinge. Wenn es Hatch Gas Pool war. Sonst ist Speed ca. 30 Sekunden früher fertig. Ja. Okay. Genau. Also wenn du scoutest mit dem Reaper zum Beispiel, dann guck nach, was ist gerade am Machen. Es ist ein bisschen arg schwierig zu sehen, okay, der Pool, also wenn wir jetzt ein bisschen vorspulen, du siehst, der Pool war aber relativ heftig. Das ist so, es ist schwer zu sehen, aber wenn er jetzt gleich fertig ist, guck mal, ob du den Unterschied feststellen kannst für dich. So, und jetzt ist er wieder ruhig. Ja, das sehe ich schon, wenn was passiert, aber ich spiele auch ein bisschen zerk so noch nebenher ab und zu mal. Aber wie gesagt, da habe ich nicht drauf geachtet gehabt, glaube ich, dass da was war. Also Speed war jetzt nicht das Wichtigste, aber der Leer war wichtig, dass du siehst, okay, Leer heißt für gewöhnlich keine dritte Hatch so früh. Und seine ist sehr spät bei 4,40. Das ist unglaublich spät. Normalerweise kommt die bei 3,30 runter. Okay. Also 3,30, wenn Speed fertig wird, wird normalerweise die dritte Hatch auch gebaut. Das ist so das Timing, wo Zerk trifft. Manchmal gehen sie 3 Hatch und dann baut er bei 2,30 die dritte, ist halt super greedy. Aber normalerweise bei 3,30, das sind so die Timings. Was du jetzt auch zum Beispiel machst, ist die Armory viel zu früh adden. Die brauchst du jetzt noch gar nicht. Okay, ja, das mache ich irgendwie immer, weil ich dann irgendwie, wenn ich gerade die NG Base baue, dann die halt noch einfach mit dazu bauen. Ja. Und oft habe ich hier einfach noch das Geld über. Das ist das Ding. Aber das wollen wir verhindern. Wir wollen schauen, dass wir dich dahin kriegen, dass du viel, viel zusammenhängender spielst. Also CRISPR quasi. Das heißt, normalerweise die Armory, wenn 1,1 zur Hälfte durch ist, dann addest du die Armory. Die wird dann genau fertig, wenn 1,1 fertig wird und dann kannst du sofort 2,2 durchstarten. Okay. Ich weiß nicht, wie sind deine Kontrollgruppen, was für Kontrollgruppen benutzt du? Also ich mache relativ viel mit dem All-Army-Hotkey, wollte mir das auch eigentlich abgewöhnen, aber es ist irgendwie ziemlich schwierig. Es ist unglaublich schwierig, ja. Also ich habe ihn auch mal weggelassen, habe dann einfach immer nur brutal viel Fresse bekommen, weil ich meine Einheit nicht gefunden habe. Aber bei Zerg und Modus finde ich es irgendwie einfacher. Dein Mikro macht ganz komische Geräusche gerade, glaube ich. Was? Das Mikro von dir, glaube ich, hat gerade Geräusche gemacht, als hättest du einen Wackelkontakt. Achso. Na gut, kann sein, dass das schon richtig alt ist. Jetzt hätte das gut 15 Jahre alt oder so. Okay, okay. Ja, vielleicht auch mal ein neues. Egal. Also ich habe gesagt, All-Army-Hotkey verwende ich viel. Was ich viel mache, das wollte ich mir auch abgewöhnen. Ich habe den auf F4. Das ist ein bisschen weiter weg, dass ich das nicht so oft verwende. Also ich verwende eigentlich immer zum Zurückziehen. Dann drücke ich F4 und in die Basis. Okay. Der soll abhauen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja. Also bei My Marine Medivac-Zeug finde ich es auch nicht so schlimm. Da geht es auch ganz gut. Aber wenn zum Beispiel sobald Ghosts halt dabei sind, weil ich mache halt dann viel All-Army-Shift-1. Und dann sind die Ghosts dann mit drin. Und dann musst du die immer meistens extra wieder raus machen. Das ist dann mega nervig. Oder halt auch gegen Storms mit Ghosts. Also sobald ich halt eigentlich so einen richtigen Spellcaster mit drin habe, wird es scheiße. Das merke ich auch. Aber das halt sich abzugewöhnen ist... Ja, also ich weiß ja nicht genau, wie ich es mache. Also ich habe, was ich zum Beispiel mache, ich habe das Shift-1 und Control-1 umgemappt als Alt-1. Das kenne ich ja wahrscheinlich, wo es aus der Control-Gruppe rausgenommen wird. Dass wenn ich halt F4-Shift-1 drücke, dann mache ich einfach nur Control, die Ghosts und mache die einfach in 2. Dann sind die wieder raus. Okay. Und da geht es irgendwie schneller, habe ich das Gefühl. Okay. Ja gut, ich benutze das Alt gar nicht. Ja. Das ist eine super Sache, aber mir das jetzt anzugewöhnen ist mir zu viel Aufwand. Ja. Mit dem All-Army-Hotkey, das Beste, was ich dir raten kann, ist, wenn du wirklich komplett darauf verzichten willst. Also ich habe sogar Profis gesehen, wirklich koreanische Profis, die den All-Army-Hotkey verwenden. Also ich würde ihn nicht komplett deaktivieren. Ja. Nicht auf lange Sicht. Aber jetzt zum Beispiel einfach mal 2-3 Wochen, um dich davon zu entwöhnen, in die Hotkeys zu gehen und den komplett rauszulöschen. Dann musst du ihn nämlich mit der Maus anklicken, wenn du es benutzen willst. Und es ist schon viel mehr Aufwand, als eine Taste auf der Tastatur zu drücken. Du wirst zwar am Anfang sehen, dass du viel mehr Probleme hast, deine Armee zu kontrollieren. Aber auf lange Sicht wird es dir definitiv helfen, wenn du ihn nicht benutzt. Ja. Vor allem, wenn du jetzt gegen Protoss zum Beispiel oder auch gegen Terraner, ganz wichtig, da willst du ja Vision haben. Du willst ja sehen, was geht ab, wo ist mein Gegner. Und dann hast du ja Marines immer verteilt hier und an den Basen. Also solltest du dir auch versuchen anzugewöhnen. Immer, immer, ich schreibe mal an, Vision generieren. Marines verteilen auf der Map. All Army Hotkey weg. Also kannst du dir überlegen, ob du den löschen willst erstmal. Du kannst dir später dann wieder hinzufügen. Aber es ist halt immer nervig, wenn du dann 2 Marines auf den Watchtowern hast, an den Brücken und was weiß ich. Drückst All Army und plötzlich bist du wieder blind. Das muss halt nicht sein. Ich wollte eigentlich wissen, wie es den Kontrollgruppen für deine Gebäude gibt. Achso, die Basen habe ich auf 6 und die Barracks auf 4 und Factory und Starport auf 5. Okay, ich würde dir raten, alle Produktionsgebäude, die jetzt Armee produzieren, in eine Kontrollgruppe zu legen und mit Tab durchzuwechseln. Okay, ja. Also Barracks, Starport und Factory in eine Gruppe und dann einfach immer mit Tab durchgehen. Ja, so mache ich es halt mit Starport und Factory, weil ich die nicht so häufig immer verwende. Also gerade, wenn ich halt am Angreifen bin. Also das muss ich sagen, ist glaube ich eine Sache, die mittlerweile relativ gut funktioniert, im Kampf nachzuproduzieren. Das Spiel ist erst seit einem halben Jahr. Also ich habe da erst vor kurzem angefangen. Also das im Kampf nachzuproduzieren, das funktioniert, glaube ich, relativ gut. Und das glaube ich auch, weil ich halt die Barracks halt einfach auf 4 habe. Oder wenn die Barracks vor Starport und Ding priorisiert. Ja, Barracks, dann Factory, dann Starport, das ist die Reihenfolge. Und das passt eigentlich ganz gut. Weil in TVP willst du zum Beispiel Minen oder Tanks dazu haben, das heißt die Factory sollte konstant produzieren. In TVT hast du eigentlich auch Tanks, produziert auch konstant. In TVC hast du Minen oder Tanks, produziert auch konstant. Und der Starport eigentlich auch konstant mit Medivax oder Liberator oder Viking, je nachdem. Also die alle in einer Gruppe zu haben, ist nicht falsch. Es ist eigentlich ganz okay. Mir hat es geholfen, du kannst es mal ausprobieren. Was viel wichtiger ist allerdings, finde ich, ist, dass du, also du kannst es, so mache ich das, die Command Center in eine Gruppe packen. Zusammen mit der Ebay, also den Ebays, der Armory. Ja, das habe ich auch. Genau. Dass du halt immer alle, weil dann siehst du halt alle 12 Sekunden, wenn ein SEV fertig ist, musst du ja nachproduzieren. Und siehst, okay, Upgrade läuft noch oder nicht. Ja, genau. Ja, das mache ich auch. Okay, das ist gut. Wobei, ich übersehe es ja noch ab und zu. Ja, gut, das kommt dann mit der Übung. Was ich gut finde, ist, dass du nicht vergessen hast, Combat Shields zu bauen. Das passiert bis Master sehr vielen Leuten, obwohl, also wenn sie nur ein Tech Lab spielen. Du hast das jetzt hier nicht vergessen, das ist sehr gut. Ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, wie es in den anderen Spielen ist, das können wir noch gucken. Wenn du es häufig vergisst, dann kann es dir helfen, das Tech Lab, wenn du bloß ein Tech Lab spielst, vergisst man das häufig, in die Kontrollgruppe mit zu tun, der Barracks. Ja, das ist gut. Wenn du dann Combat Shields produzierst, dann kannst du wieder rausschmeißen, so als Erinnerungshilfe quasi. Ja, ja. Ja, Turrets baust du tausend viel zu viele, also du scheinst unglaublich viel Angst vor Mutalisken zu haben. Ja, die haben wir schon oft genug. Ja. Generell können dir Mutalisken, also nicht viel anhaben. Ich möchte so ein bisschen die Angst davon, im Respekt ist gut, aber die Angst ist ein bisschen unnötig. Es reicht, wenn du zwei Turrets in der Mineral Line hast. Also einen, viele spielen einen, aber das reicht meistens nicht, um schnell genug zu reagieren. Und meistens fliegt der Zerg rein, tötet ihn mit Focus Fire, du reagierst nicht schnell genug mit Repair und dann ist es auch wieder doof. Wenn du zwei Turrets in der Mineral Line hast, greifen die meisten Zerg schon gar nicht an. Also wenn sie committen, verlieren sie viel mehr Mutalisken, weil sie den Schaden einfach unterschätzen mit Counter Repair. Also manchmal gehen da drei Mutalisken down und du verlierst halt drei SEVs mit Counter Repair. Das ist ein sehr guter Trade. Dafür, dass du halt ursprünglich 200 Mineralien pro Mineral Line investiert hast. Wenn du dann mal irgendwann Master triffst, wirst du vielleicht nur noch auf einen gehen, weil dir das Geld fehlt für dieses Commitment. Aber erstmal kannst du mit zwei in der Mineral Line spielen, das ist okay. Und dann halt noch außen in der Nähe deiner Add-ons. Also wenn du jetzt zum Beispiel das gemacht hättest mit alles in einer Reihe runter machen, dann hätten zwei weitere Turrets gereicht in deiner Produktion, um die sicher zu machen. So müsstest du halt so, wie du es jetzt verteilt hast, vier bauen. Also da müsste halt da oben quasi einer stehen, hier einer stehen, hier einer stehen und hier noch einer stehen. Wenn die alle in einer Linie sind, reicht es, wenn du am anderen, an beiden Enden einen Turret hast. Das gibt dir genug Zeit. Und da musst du dann halt gucken, indem du aktiv auf der Karte bist, wie viele Mutalisken hat der Gegner. Jetzt hat er acht, da reicht ein Turret. Wenn er plötzlich 20 hat, dann brauchst du schon mehr, damit du halt genug Zeit kaufen kannst. Die Turrets sind wirklich bloß dafür da, um Zeit zu kaufen, bis deine Armee in Position ist, um die Mutalisken zu töten. Also Turrets sind nicht dafür da, um gut zu traden. Leider, ich würde es mir manchmal wünschen, aber ist nicht so. Also das ist wirklich bloß zum Zeitkaufen. Manchmal kriegen sie einen Mutalisken, das ist geil. Aber dann meistens bloß Zeit kaufen oder halt, ja. Also eigentlich nur Zeit kaufen. Ich glaube, die... Es sieht so aus, als wäre deine Goldbase ein bisschen verrutscht. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, doch wahrscheinlich schon, ich stehe da eben auf dem Ding da drauf, normalerweise, ne? Ja, sollte. Also es schaut so ein bisschen seltsam aus. Ja. Aber okay, jetzt gucken wir mal weiter. Wie gesagt, das mit den Supply Depots. Das siehst du, du hast jetzt vor allem, hast du vorne die Supply Depots mit dem Calldown gemacht. Nimm doch bitte die Supply Depots ganz, ganz hinten in deiner Base, damit die nicht kaputt gebastelt werden. Weil jedes dieser Supply Depots ist jetzt 300 Mineralien wert. Ja. 100 von den Kosten und 200 vom Supply Drop. Das ist halt eine teure Wall. Ausgesprochen teuer. Ja, ich glaube, Upgrades, da kannst du wirklich arbeiten. Also das... Da geht noch viel. Wenn du das... Du hast es schon in der Kontrollgruppe, aber da musst du halt ein bisschen noch mehr den Fokus drauf setzen. Wie machst du das? Baut man die sofort, wenn die fertig sind, weiter? Ja, ne? Also verschwendet man eigentlich keine Zeit. So früh wie möglich. Wenn das jetzt nicht geht, weil du ein All-In verteidigen musstest oder irgendwie... Okay. Aber generell... Also generell gesprochen, Upgrades über Armee. Lieber hast du 20 Sekunden jetzt weniger Produktion. Oder 10 Sekunden, seien wir mal realistisch, hier auf drei Basen mit Goldbeiß. Und dann ist die Armee ein bisschen später als die Upgrades. Weil die Upgrades boosten halt deine ganze Armee auf einmal. Ja, ja klar. Das ist wie so ein Power-Up in einem RPG, wo du einfach mal plus 100% Rüstung bekommst oder so. Und so ist es halt meistens auch. So, ich weiß jetzt, jetzt scannst du hier. Ich habe auch gemerkt, dass du unglaublich passiv spielst. Also du machst kaum Drops, eigentlich gar keine. Du magst das Schöne. Ja, das wollte ich auch anfangen, aber das hat mir auch... Ja. Ja, wie gesagt, habe ich das bisher noch nie gemacht. Also ich habe diese Build-Order da mit dem 16 Marine einfach zwei Tage oder so rausgeschrieben. Mhm, ja. Und habe das, sagen wir mal, ein bisschen probiert so. Und da bin ich es überhaupt nicht zum Droppen gekommen. Aber bei ein paar anderen Spielen hat es gut funktioniert so. Also bisher auch der einzige Job bin ich zu spielen. Oder mal irgendwie, mal ein paar Tanks auf den High-Ground oder so stellen. Aber es ist wirklich, es droppt euch bisher eigentlich noch nicht. Okay. Ich habe dir jetzt mal eine Seite geschickt. Da stehen ein Haufen Build-Order drin. Kannst du mal durchklicken später. Das ist das Spawning-Tool. Genau, ja. Also ich schicke das immer rum. Manche kennen es noch nicht von dem her. Was ich gut finde, ist, dass du jetzt endlich auch die Add-Ons nimmst an deinen Barracks. Aber du siehst schon, wenn du das alles in der Linie hast, dann hättest du zwei Linien. Und es würde ein bisschen besser zum Verteidigen sein. Weil du gibst dem Gegner so halt viel, viel Raum. Also hier bräuchtest du jetzt, wenn die Mutlisten jetzt reingehen, könnten sie dir halt die Add-Ons, die du gerade am Baum bist, snipen, weil deine Armee out of position ist. Vielleicht noch einen Reaktor dazu. Und gegen einen Zerg, der halt wirklich... Also der Zerg ist jetzt nicht so gut. Du siehst, wie viele Overmans der hat. Dem sein Makro könnte ich auch noch ein bisschen verbessern. Aber generell ist das halt unglaublich viel Schaden. Und wegen den Drops, wenn du jetzt sagst, dein Multitasking fühlst du dich nicht so sicher oder es ist zu viel oder wie auch immer, da kannst du versuchen, so einen Multiprong-Attack vorzubereiten. Indem du jetzt sagst, okay, du droppst nicht dort und Micros und in der Mainbase und Micros und vorne mit einem dicken Push und Micros, sondern sagst halt, okay, vor allem wenn du ein Viking spielst. Im TVC würde ich immer ein Viking spielen, außer jetzt gegen Two-Base-Mutalist. Da hast du es gut gemacht, dass du keinen Viking gebaut hast, weil der stirbt meistens zu früh. Aber wenn es jetzt kein Two-Base-Muta ist oder kein Two-Base-Night-Is-All-In mit Roaches, dann brauchst du auch keinen Viking, du musst ja defenden. Aber wenn es ein Standard-TVC ist mit früher dritter Helden, Hatchery bei 3,30, Speed wird normal fertig, Evo-Gambers und so weiter, dann bau einen Viking und schick den ihm so zickzack über die ganze Map im Attack-Command, damit der alle Overlords tötet. Ja. Und dann sieht der Zerg nichts mehr und dann hast du den Vorteil, du kannst nämlich dann vorbereiten, so einen Multi-Attack, dass du hier einen Medivac parkst, hier einen Medivac parkst und in dem Fall jetzt zum Beispiel hier deine Hauptarmee außerhalb vom Creed und dann schickst du den einen Drop rein, du könntest sogar zwei Drops rechts haben und einen in die Main und einen in die Natural schicken. Du musst sie ja bloß mit dem Unload-Perfeil auf der Minimap hinschicken und boosten. Die machen dann schon. Und dann konzentrierst du dich auf die Main-Army und die Drops, sobald sie ausgeladen haben, das ist dann Multitasking, einfach nur auf Stim drücken, überall und fertig. Und solange kein, du wirst dort angegriffen Signal kommt, kannst du die machen lassen. Du brauchst dich gar nicht um die kümmern, die machen schon irgendwie Schaden. Okay, ja. Also, weil der Zerg wird an diesen drei Stellen, wenn du das gut timest, plötzlich zeitgleich angegriffen. Wenn du die Overlords clearst, sieht das nicht und dann ist er, oh mein Gott, weil in den meisten Fällen wird er nicht die Army splitten. Denke ich jetzt mal. Oder nicht gut genug. Also irgendwas macht auf jeden Fall Schaden. Und dann, sobald dieser, du wirst angegriffen Befehl kommt, einfach liften, weggehen, droppen, heilen und nach zehn Sekunden wieder reingehen. Okay. Also das ist dann richtiges Multitasking. Wenn du dich aber darauf fokussierst, also du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst voll Makro-Modus, was du jetzt hier ziemlich okay gemacht hast, von den Supply-Depots und den späten Addons und Zeugs mal abgesehen, und machst einen riesen Push, aber so funktioniert Terraner meistens nicht so gut. Vor allem gegen Zerken oder Protoss, wenn du jetzt hier Banelinge hast, oder Disruptoren. Du brauchst halt sicke Splits. Das muss man wirklich üben. Deswegen ist so eine fette Armee als Terraner nicht ganz so gut, wie wenn du die splittest und versuchst, überall Schaden zu machen. Irgendwas wird Schaden machen. Jetzt stell dir vor, du hast jetzt in der Natural den Drop durchbekommen. Die anderen musstest du zurückziehen, aber der in der Natural ist durch. Das sind halt zwölf Drohnen und eine Queen plus die Overlords, die da stehen vielleicht, je nachdem wie lange er steht, für einen Drop. Und wenn du es schaffst, dass du die anderen Dropchips nicht verlierst oder deine Main-Army Schaden macht, dann ist das ein Riesengewinn. In deiner Liga wird sich kaum einer davon erholen, wenn du dann weiterhin konstant Druck aufbaust und halt dein Makro nicht vernachlässigst. Okay, ja. Also du kannst definitiv in diesem Spiel, muss nicht alles mechanisch sein, also mit APM über 3000. Es geht auch, wenn du das vorbereitest und dann einfach so einen richtig fetten Angriff startest, halt auf verschiedenen Positionen auf einmal. Ja, ja. Ansonsten mit dem Style, den du jetzt spielst, hier diesen Bjan-Bild. Du hast diese, du hast die Dinger getroppt gehabt, die SCVs, die Marines. Erstmal glaube ich, war dein Drop ein bisschen spät. Also wenn wir jetzt gucken. Ja, ich bin noch nicht auf der Map stehen geblieben oder so, das war halt. Erstmal war der Supply-Block ziemlich böse, ja. Genau. Ich weiß nicht, ob es bei dir war. Irgendwo habe ich aber gesehen, dass jemand, also wenn du jetzt nicht warst, aber bloß damit du es weißt, die Addons zuerst gebaut hat, bevor er Stim andrückt. Drück einfach immer als erstes Stim an. Also ich glaube, hier hast du es jetzt gemacht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber du willst immer Stim vor den Addons und vor den Dingsbums haben, weil es halt am längsten dauert. Ja. Okay, also deine Medivax gehen jetzt raus bei 5,20. Ist halt wex im Supply-Block zu verschulden. Ansonsten hast du das Timing, dass du da 16 Marines drin hast, sehr gut getroffen. Und jetzt kommt es, wo halt schon der erste Fehler, kann man sagen, ist, du willst nicht in die Natural droppen. Du wirst niemals Schaden dort finden. Niemals. Also das sind Zerklinge, da ist eine Queen, die ist nervig, sogar ein Spore hat er jetzt hier gebaut. Drop einfach in der Nähe der Dritten. Dafür ist halt auch der Reaper irgendwo da. Also entweder, im besten Fall überlebt der Reaper, um zu sehen, wann er wo die Dritte nimmt und schafft es dann noch in die Lane Base. Aber das ist das Selten. Meistens stirbt der Reaper einfach, wenn er dann die Dritte confirmt. Aber ansonsten, außerhalb der Dritten droppen. Und das Ziel von dem Push war es früher mal, vielleicht die Hedge zu töten. Und gegen einen Zerk, der unvorbereitet ist, kann das funktionieren. In den meisten Fällen wirst du aber nicht so viel Schaden finden. Der Drop ist bloß dazu da, um Einheiten vom Zerk zu forcen. Also du willst ihn dazu zwingen, nicht zu drohnen, sondern Einheiten zu machen. Und dann mit deinen Marines die Einheiten traden, ohne viel zu verlieren. Also hier ist halt doof, dass du gegen Two-Base-Mutalisk würd ich auch nicht rausmoven mit dem Drop. Das ist sehr riskant. Weil jetzt verlierst du vermutlich beide Medivacs. Ja, die waren gleich weg. Und das ist halt teuer. Das ist so unnötig. Gegen Two-Base-Mutalisk brauchst du nicht aggressiv auf die Map gehen, weil erstmal hat der Zerk-Map-Kontrolle. Das heißt, du kannst voll hoch machen. Drittes Greedy Command Center, Full Marines, Medivacs, Widow Mines, bau zwei Turrets überall. Und wenn du dann ein schönes 1-1-Timing hast, kannst du rausmoven. Okay. Also vorher würde ich die Basis dann gar nicht groß verlassen. Ein bisschen scouten, weil die meisten Dropships, die du rausschickst, werden vermutlich sterben und nicht viel Schaden finden. Aber ja, wenn du jetzt diesen 16 Marine Drop spielst und die Einheiten forst, du wirst in den meisten Fällen nicht zehn Drohnen und eine Queen töten mit dem Drop. Das ist utopisch. Aber es reicht schon, wenn du vier Zerklinge und einen Creed Tumor tötest. Das ist auch Schaden. Weil der Creed Tumor kostet 25 Energie, heißt, später hat die Queen weniger Energie, vielleicht vergisst du einen Inject, was auch enorm ist. Ist halt für einen Zerk schlimm. Also wenn du einen Inject verpasst, viel weniger Einheiten. Und dann einfach immer wieder für jeden Drop zählt, das ist auch in TVT, wenn du nicht übereffizient traden kannst. Droppen, Schaden machen und sobald du beginnst Einheiten zu verlieren oder wenn du, also du musst halt wegkommen, einfach zurückziehen. Zurückziehen, ausladen, hochheilen und wieder reinrennen. Und das machst du alle 10, 15 Sekunden oder 20 Sekunden, wie es dir halt passt. Wichtiger ist Makro. Also, bevor du jetzt dich mit den Drops verkünstelst, dann lieber auf Makro achten. Weil es bringt nichts, wenn du zehn Drohnen tötest. Also im TVT mache ich den Vergleich sehr gern. Stell dir vor, du spielst einen One Base und machst einen Push und tötest zehn SEVs und hast selber 20 und der Gegner hat 32 und du tötest zehn SEVs, dann ist der Gegner immer noch vorne. Ja. Obwohl du so viel Schaden gemacht hast. Und dann wäre es vielleicht besser gewesen, wenn du einfach nur besseres Makro hast und hättest dann 36 SEVs und wärst vorne. Also da musst du halt gucken, wo dann deine Stärken am besten liegen. Ich habe halt gesehen, du bist jetzt relativ passiv. Von dem her würde ich dir raten, spiel eher Full-Macro-Mode. Also dass du das wirklich trainierst, richtig, die Timings treffen, den Supply-Depot-Idle-Worker-Trick, die Gase saturieren, die Upgrades nehmen und dann setzt du einen schönen Multi-Drop an mit einem großen Angriff dahinter und machst da so ein zeitgleich überall droppen zeitgleich. Ich glaube, das funktioniert für dich derzeit erst mal am besten, als wenn du versuchst, hier droppen, da Micro, Marine-Splitten, einladen, wegboosten, hinten Makro-Upgrades, Supply-Depots bauen, Barracks adden, Mules runterballern, das ist halt sehr, sehr viel auf einmal. Aber wenn du dich aufs Makro konzentrierst und es läuft alles, dann hast du, weil hier hast du schon relativ gutes Makro gehabt und der Zerg war ewig hinten. Jetzt stell dir vor, dein Makro wäre noch besser gewesen, du könntest jetzt 200 Supply haben. Das ist machbar. Und dann hast du 200 Supply gegen 100 Supply, greifst jede Basis mit einem Drop an und hast in der Mitte noch einen fetten Push. Selbst wenn er deine Hauptarmee tötet, was will er machen? Jede seiner Basen ist unter Feuer. Das stirbt einfach weg. Ja, okay. Was du auch machen könntest, wäre, vor allem wenn du jetzt Probleme gegen Bailing und Splash hast, vor einem Angriff oder wenn deine Armee rumsteht, sie einfach ein bisschen verteilen, dass sie nicht so geklumpt ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel beim Zerg, da wo jetzt deine Bailing, wo du jetzt hier stehst mit deiner Armee, dann lass sie nicht geklumpt an der Rampe stehen, sondern verteil die einfach ein bisschen. Das kostet vielleicht 5 Sekunden, aber die Bailinge machen viel weniger Schaden. Weil wenn deine ganze Armee geklumpt ist, die 12 Bailinge töten dir alles. Wenn sie verteilt ist, töten sie vielleicht ein Drittel und der Rest von deiner Armee tötet dann alle Zerglinge. Ja. Also mit Bailingen bisher, das Einzige, was ich da eigentlich mache, ich stelle einen Tank hin oder zwei oder so, das funktioniert eigentlich ganz gut, wenn es mal so ist. Oder halt mit Wiedermines habe ich auch öfters mal was gemacht. Ja. und laufe halt stimmen, rennen zurück und hoffe, dass die Tanks und die Mien genug Schaden machen dafür und dann, ich weiß nicht, Stutterstep mache ich halt mit Stop, Command immer. Okay. Funktioniert dann, off-creep sind ja dann schneller gestimmt. Reins, ne? Schneller als die Bailinge, ja, genau. Ja. Aber wenig. Nicht sehr viel, aber ein bisschen. Ja. Ja, das geht so. Also das Splitten kriege ich noch gar nicht hin, das habe ich ein paar Mal so ein bisschen probiert, aber das, äh... Ja, es braucht viel Übung, das stimmt schon. Deswegen, also wenn du jetzt sagst, das mit dem Hit and Run ist eine sehr gute Sache, du kannst nämlich die Marodeure nehmen. Also einfach die Marodeure zum Beispiel mit Control-Klick, ich mache das halt, ich mache einfach Control und Linksklick auf die Marodeure, dann hast du alle Marodeure im Screen ausgewählt. Ja. Und dann einfach Stim, Attack, Move nach vorne, weil die tanken sehr gut. So, wenn er dann kommt mit Zerkling, gehst zurück zu den Marines, wenn er mit Baneling kommt, kannst du fast stehen bleiben. Also, wenn du dann noch ein bisschen splitterst die Marodeure oder halt Stutter-Steps, ist ja auch in Ordnung. Dann kannst du so viele Banelinge rausnehmen, vor allem wenn er sich dann wieder zurückziehen will, tötest du durch diese Concussive Shells noch so viele Banelinge. Also ich mache das auch häufig. Ich habe so ein schönes Widow mein Feld außerhalb vom Creep, Pre-Split und dann nehme ich die Marodeure und Stim rein. Ich scanne für Creep und dann kommt er schon. Und dann nehme ich unglaublich viel raus und irgendwann muss er, angreifen. Ja. Also das funktioniert sehr gut. Und du siehst jetzt auch, wenn du jetzt die Marodeure an der Front hättest und die Tanks getroppt, dann wäre der Kampf ganz anders ausgegangen. Also du kannst es dir ungefähr vorstellen, ne? Ne. Jetzt, jetzt, jetzt gucken wir doch nochmal. Also du hattest, du hattest die 200 Supply, das war aber noch ein bisschen zu früh. So. Du hast 1-1 gegen 1-1, ist alles super, du könntest 2-2 haben, aber es passt schon. So. Und dann nimmst du einfach die Marodeure mit Steuer-Kontroll-Kommand, Kontroll-Klick, Attack-Move nach vorne und die Marines einfach nach hinten. Attack-Move nach hinten. Und die Tanks halt droppen. So. Dann hättest du jetzt die Marines hinten, die Marodeure vorne und die Tanks gedroppt. Und er würde alle Banelinge in die Marodeure rennen lassen, die tanken, während die Tanks die ganzen Banelinge killen und die Marines töten dann die Zerklinge und die Korruptoren. Ja. Also du kannst schon mit einer fetten Armee gewinnen im TBC, aber wenn das passiert, ist es halt besser, diesen Multiprong-Attack aufzusetzen und den dann zu machen. Weil der wird dir dann das Spiel gewinnen. Du hast das viel besser des Map-Rolls eher. Ja, die verstehe ich gerade ganz schlecht. Oh, okay. Bist du jetzt besser? Ja, jetzt wird okay. Okay. Die letzten paar Sekunden war ich gerade weg. Okay. Ja, ich meinte halt bloß, du kannst schon mit einer fetten Armee gewinnen im TBC, aber dann musst du es halt richtig machen. Oder halt, du machst diesen Multiprong-Attack, den ich vorhin so angepriesen habe. Dass du den halt vorbereitest und dann go. Ja, okay, ja. Weil das ist halt jetzt doof. Du hast halt jetzt schon noch einige Marines, aber mehr als die Hälfte sind gestorben. Du tradest leider auch deine ganzen Liberator gegen die Corrupter. Zieh sie zurück. Die Corrupter sind nicht so schnell wie die Liberator. Aber die willst du nicht verlieren. denn weißt, du siehst ja, du machst keinen Schaden an die Dinger. Die sind so tanky und deine Liberator sind teuer. Die sind... Äh, bitte? Ach genau, wegen Light machen die gegen die... Ja, genau. Die werden die anderen, die... Die Mutter ist... Die sind Light, ne? Ja, die sind leicht, genau. Da machst du... Und die Korruptoren sind halt nicht leicht, die sind gepanzert, da machst du halt 5 Schaden, minus 2 von der Rüstung, also 3 Schaden. Das sind halt, ich glaube, 6 Schaden pro Angriff müssten es sein. Insgesamt, weil du 2 Attacks hast. Aber das ist halt, auf 200 Leben ist halt 6 Schaden, das ist halt nix. Da brauchst du über... Millionen Angriffe. Und trotzdem tradest du... So, und wärst du jetzt reingegangen, auf die Dritte und hättest die rausgenommen, also du hättest jetzt da hochgehen können, theoretisch. Gut, das sind jetzt Bailinge, du hast leider die... Die Merimax hast du nicht mehr so viele. Ja, genau. Stimmt schon. Ich glaube aber, dass du diese Armee komplett verlierst jetzt an den Zergling, weil du jetzt stehen bleibst, oder wie auch immer. Also, dann hättest du auch versuchen können, die Hedge zum Beispiel zu killen. Also, da ist halt einmal Rodeur ist halt übrig geblieben. Und gut getradet war das jetzt nicht. Aber ist nicht das Schlimmste. Wenn dein Makro passt, dann wäre es schon gegangen. Also, hochheilen und gut ist. Im TVC insgesamt... Jetzt sehen wir halt hier schön. Hier. Schauen wir mal deine Supply Depots an. Also, wenn du das fixen kannst, das hilft ungemein viel. Weil tatsächlich hast du jetzt nicht viele Mineralien übrig, um schön konstant alles durchzuproduzieren. Ja. Und was du nicht machen willst, ist, du willst nicht die Gold-Base-Mule. Also, gar nicht. Saturier die lieber und Mule die Natural, oder was. Weil die Mules sammeln nicht mehr von den Gold-Mineralien. Von daher ist es eigentlich besser, die auf die Normalen zu setzen. Auf die Brownen. Ja, das habe ich mir schon ein paar Mal gehört, aber irgendwie... denke ich da irgendwie auch selten wieder dran. Ja. Jetzt ist halt doof, und jetzt siehst du auch, du hast jetzt die Liberator verloren, du hast die Medivacs verloren, und jetzt würdest du lieber Liberator gegen die Ultras machen, musst aber erst Medivacs machen. Deswegen, Medivacs sind quasi die Einheit, die du niemals verlieren willst. Niemals. Das ist so... Das sind deine Babys, um die musst du dich ganz gut kümmern. Ja. Die müssen überleben. Weil jedes Medivac, das du verlierst, musst du neu machen. Das heißt, deine Liberators sind später. Und hättest du jetzt die sechs Liberator nicht verloren und die Medivacs nicht, dann hättest du jetzt noch sechs Liberator. Und diese vier Medivacs oder sechs Medivacs, die du jetzt hast, werden auch noch mal Liberator, dann hättest du jetzt schon zwölf. Gegen die drei Ultras, die rauskommen. Und könntest wieder rüber pushen. Weil da steht nicht viel. Also du siehst, du bist schon wieder 60 Supply vorne. Aber das sind so diese Kleinigkeiten, dass du halt die Medivacs verloren hast und das Snowball, das geht halt, das wird halt immer schlimmer, diese Abwärtsspirale, in der du dich verfängst. Aber das, ich hab's am Ende noch mal probiert, als du dann die Dinge gesehen hast, eine Ghost Academy zu bauen, das ist schon richtig so. Aber das ist, also ich, wie viele Schüsse kann man damit machen mit so einem Ghost? Nur so ein oder zwei? Ja, es kostet halt 50 Energie, der kommt mit 75 raus. Also wenn du rechtzeitig produzierst, hat ein Ghost zwei Snipes. Und das heißt, du brauchst eineinhalb Ghosts, um den Ultra zu töten. Weil der braucht halt 170 Schaden, auf 500 Leben sind halt drei Snipes, die du da brauchst. Ja. Du kannst ohne Ghosts gegen Ultralisken gewinnen. Es ist machbar. Du kannst zum Beispiel viel Marodeur Heavy spielen, weil der Zerg hat jetzt nicht den besten Creep Spread. Auf Creep mit Stim kannst du Ultralisken Ewigkeiten. Ah. Also es ist machbar. Ja. Generell sind aber Ghosts eigentlich so. Ghost Liberator ist so die Antwort. Weil die Ghosts können entweder, also entweder snipen die Ghosts die Korruptoren, oder eben die Ultralisken. Also eins von beiden. Aber da musst du dann dich halt auch drauf einstellen, auf was du jetzt gehen willst. Willst du die Korruptoren weghauen, damit die Liberator die Ultras töten können, oder willst du versuchen, mit den Ghosts die Ultras zu töten. Meistens kommt der Zerg erst mit den Korruptoren rein, um die Liberator zu töten, weswegen ich dann die Snipes auf die Korruptoren hau. Schwieriger wird's dann, wenn er Viper addet, oder Infestoren zum Beispiel. Stell dir mal vor, da haben wir jetzt so zwei Infestoren mit Fungal, würden deine ganze Armee da runter, also fangen, und dann kommen die Ultras, dann bist du halt tot. Deswegen brauchst du halt eigentlich Liberator Spread, Pre-Spread auf deine Units, also die dürften eigentlich nie geklampt sein, wenn du nicht schnelle Reaktionsfähigkeiten und gutes Blitz hast. Was jetzt glaube ich noch nicht so ganz der Fall ist bei dir. Ne, ne. Wie lässt man die am besten noch gesplittert laufen? Also wie funktionieren das am besten? Geht nicht wirklich, oder? Ja, das ist das Problem, die laufen ja immer zu einem Punkt hin. Also je weiter, je weiter sie von Haus aus schon auseinander gesplittert sind, und je weiter weg der Punkt ist, zu dem sie hinlaufen, desto weniger klumpen sie zusammen oder desto langsamer. Also wenn du jetzt zum Beispiel Attack Move ganz hinten in diese Ecke machst, dann gehen sie langsamer zusammen, außer sie müssen halt durch Rampen oder so Zeugs, was jetzt hier häufig der Fall ist. Brücken überall Rampen, da klumpen sie dann natürlich sehr schnell wieder zusammen. Ist ja logisch. Aber deswegen würde ich halt die Hütten-Freeze-Blick machen. Nein, du versuchst ja schon... Das steht ja schon schlecht. Oh, okay. Deswegen würde ich halt immer einen guten Füß-Blick machen. Ja, ich höre immer nichts groß. Irgendwie das Mikro irgendwie weg, so. Ist aber sehr seltsam. Lass mich mal gucken. Müsst aber funktioniert. Leben noch schlecht. Okay. Ja, jetzt ist wieder normal. Sehr seltsam. Internet oder was? Oder... Hm? Hat sich so ein bisschen angehört wie Internet? Fail, aber... Hm. Sollte eigentlich nicht sein. Also Verbindung sagt ist gut. Ja, passt. Nicht er schreit. Also ich höre es ja wieder. Okay. Okay. Ja. Also ich würde sagen, auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Drop probieren. Supply Depot-Trick würde ich auch mal probieren. Das macht auch Sinn. Der ist ganz wichtig, der Supply Depot-Trick. Der wird dir unglaublich helfen bei deinem Makro. Dann, wenn du die Basis, die Struktur, Basis-Struktur ein bisschen baust, das kann helfen. Das ist jetzt nicht das Wichtigste, aber es kann helfen. Ja. So, dass du die Basis ein bisschen strukturiert baust. Also das hilft schon enorm. Und wie gesagt, dann halt vielleicht ein bisschen, also wenn du diese 200-200 triffst, dass du dann halt dieser Killer-Instinkt, den musst du dir noch ein bisschen antrainieren. Mhm. Weil häufig könntest du das Spiel beenden, tust es aber nicht. Und dann kommt halt das, was dich countert und tötet dich. Ja. Weil du es halt auch nicht dann scoutest oder zu spät reagierst oder wie halt gerade eben die Mediwax und die Liberator alle verloren hast, was halt sehr teuer war. Ja. Genau. Und Drops, ja, du kannst schon Droppen probieren. Ich würde trotzdem sagen, Makro ist viel wichtiger. Also generell kann man mit gutem, mit sehr gutem Makro nur mit Makro alleine und halt so ein paar Basics und ein bisschen Army-Kontrolle schon Master-Commerce. Ist machbar. Wenn du dich halt dann auf das, was du machst, richtig bewusst fokussierst. Also dass du sagst, okay, ich mach jetzt das und das machst du dann perfekt. Wenn du jetzt sagst, du machst jetzt Makro und machst das perfekt, dann bist du schon viel besser als die Leute, gegen die du jetzt spielst, die halt alles zeitgleich machen wollen. Ja. Also ein All-In zum Beispiel zu verteidigen ist viel einfacher, wenn ein Makro stimmt und du nicht Supply-Block bist, ist, weil du mehr Einheiten hast. Der Gegner trifft seine Timings auch nicht unbedingt und dann trifft sein Timing eine halbe Minute später auf dein perfektes Makro und dann hat er halt, obwohl er ein All-In spielt, vielleicht genauso viele oder sogar weniger Einheiten als du. Also das kommt noch vor. Bis Platin kann es locker vorkommen, dass das genauso ist. Bis Diamant vielleicht sogar auch. Und dann gewinnst du halt einfach bloß, weil du richtig gut gemakroht hast. Obwohl der Gegner ein All-In spielt und halt alles reinschmeißt, aber es halt nicht so ganz hinkriegt. Ja, ja. Nur mit Ghosts, da musst du halt gucken. Also die Ghosts nie vorne haben, sondern immer irgendwas zum Buffern. Tanks, Liberator, Bio, Supply-Depots. Ja. Da ist halt Ghostsnipe ja, ist eigentlich das Einzige, was da geht. Ja. Es waren auch noch viel zu spät, oder? Ich glaube, ich habe dann die Ghost Academy gebaut, als ich die ersten gesehen habe. Was sind denn eigentlich die Ultra-List-Kevin? Also ich habe die noch nie so wirklich gesehen. Alles auch diese Dicke da hinten, ne? Ja. Ja, genau. Doch, die, ja. Was du auch versuchen kannst, also Scouting ist halt unglaublich wichtig. Du kannst StarCraft fast nicht blind spielen. Er hätte jetzt auch auf Brutlords gehen können. Das sind Ghosts komplett nutzlos. Also fast komplett nutzlos. Da musst du halt echt gucken. Was du jetzt machen kannst ist, scouten, wann kommt der Hive? Je nach Spiel kann er schon bei Minute 7 kommen. Das ist halt ein Ultralisk Rush. Normalerweise, wenn du nicht viel Schaden machen konntest, kommt er so bei Minute 9. Wenn du viel Schaden machen konntest und er, der Zerg sich das nicht leisten kann, dann so bei Minute 12. Dann kannst du scouten, okay, wie schaut's aus? Weil sein Creepspread in der Mainbase zum Beispiel, der sieht ja nix. Wenn du da rein droppst und vorher die Overlords gekleert hast, sieht er da nix. Dann nimmst du zwei Medivacs, vielleicht drei mit Marodeuren, ladest aus, dimmst rein, killst den Hive und vielleicht noch, wenn du's kriegst, das Infestation Pit. Brauchst halt ne Ablenkung. Parkst halt zum Beispiel deine Main-Armee hier draußen. Du machst ein Presplit. Das meistens wird es den Zerg schon triggern, oh oh, Hilfe, ah, da ist was und er wird seine Armee irgendwo hier parken. Bis die Armee von dort in der Mainbase ist und dann zwölf Marodeure vernichtet hat, dauert viel zu lang. Und Marodeure mit guten Upgrades, die zerpflücken Gebäude. Also obwohl sie genervt wurden in Legacy of the Void, mit diesem Doppelangriff, kannst du locker das Ultra-Cavern und den Hive rausnehmen. Also sollte machbar sein. Ja. Und dann ist der Zerg quasi wieder in der Steinzeit. Er muss erst wieder ein Leer hochziehen. Wenn du das Infestation Pit getötet hast, muss er das noch bauen. Dann den Hive. Dann das Ultra-Cavern. Das sind sechs bis sieben Minuten, die du Zeit hast. Zeit. So lange, um dich darauf vorzubereiten, was kommt. Ja, okay, ja. Also wenn du da an deinem Scouting bist, gegen Protoss genauso. Da ist es halt schwieriger, wegen der Pylon-Cannon. Aber es ist auch möglich. Also wenn du weißt, okay, wo ist sein Mothership-Core oder du siehst, okay, wenn du jetzt vorne zum Beispiel beim Protoss einen großen Angriff machst, dann warbt er da rein und nach seinem Warp in, oder wenn du siehst, er warbt rein, dann reindroppen, weil dann kann er daheim nicht mehr warpen. Und die Pylon-Cannon alleine ist im Mid-Game nicht mehr so stark. Early sehr. Aber wenn du im Mid-Game dann da drei Medivacs reinschmeißt, selbst zwei bis drei Pylon-Cannons, du kannst ja rumkiten. Die haben ja begrenzte Reichweite. Du wirst so viel Schaden finden. Das ist halt das, was ich versuche, immer zu sagen, spiel bewusst. Also nicht Autopilot, sondern denke. Du musst die ganze Zeit denken, okay, jetzt baue ich ein Supply-Depot. Jetzt steht da das Mothership-Core. Jetzt baut der Gegner Drohnen. Das ist unglaublich schwierig und kostet unglaublich viel Konzentration. Aber das ist halt auch das Wunderschöne an diesem Spiel. Und wenn du das dann schaffst, dann wirst du sehen, wow, ich spiele die Gegner komplett aus, weil du halt mit dem Kopf spielst und die anderen machen halt bloß Bildorder runter und, äh, wieso verliere ich Hilfe? Weil sie halt nicht konzentriert spielen. Okay, ja. Genau, wie ist das? Die Mules, das habe ich jetzt auch wieder auf einem Command-Center, das ist ja fast voll die Energie. Die versuche ich auch, so oft wie es geht, zu schmeißen oder schon? Ja. Oder haue ich da mal ein paar Scans raus? Genau. Sobald du auf drei Basen voll saturiert bist, schmeißt du selten Mules. Ab dann hast du genug Einkommen für die acht Barracks, die zwei Factories oder zwei Starcords. Die Upgrades sind meistens schon bei zwei, zwei durch, weil du bis dahin gemult hast. Die drei, drei kannst du dir dann, weil du irgendwann next bist so oder so leisten. Außer du tradest die ganze Zeit, dann musst du vielleicht mal Mulen. Es kommt drauf an, also generell passiert es mir aber auch häufig, dass ich dann irgendwann nicht mehr Mule, sondern wirklich Scans. Also vor allem in TVC scanne ich hier die Creep-Tumore weg und willst ja da in den Creep-Demain, da brauchst du ja Scannen. Oder du willst mal wissen, okay, wann kommt die Transition-Scan in die Mainbase. Bei Protoss ist das dann ähnlich und in TVT scannst du ja auch. Was du häufig machst ist, oder was Profis häufig machen, ich leider viel zu selten, vor einem Drop scannen die. Das sagt zwar an, dass du droppen willst, aber wenn du jetzt zum Beispiel, wie wir es gerade eben gesagt haben, hier deine Main-Army-Parks, da ist die Army vom Gegner und du scannst, du musst halt wissen, wenn du jetzt weißt, da ist die Main-Army, musst du vielleicht nicht scannen. Aber der Protoss könnte da zwei High-Templer stehen haben, die mit Feedback auf dich warten und deine Medevacs töten. Deswegen immer, deswegen scannen die dann immer und dann mulen sie nicht. Also irgendwann fängst du dann an, mehr zu scannen und gar nicht mehr zu mulen, hast dann trotzdem noch ewig viel Energie auf den Orbitals meistens, dass wenn du es mal brauchst, so einen Mule-Hemmer schmeißen kannst, wo du dann zum Beispiel auf der neuen Base dann alle Mules auf einmal runterballerst. Okay, ja. Also irgendwann hörst du auf zu mulen, das stimmt schon. Und dann irgendwann, wenn du merkst, schmeißt du auch mal ein extra Makro-Orbital für extra Scans oder was, die du dir halt leisten kannst. Also das würde ich schon sagen, dass du irgendwann für Scans... Genau. Okay, passt. Ja, genau. Noch eine Sache, also gegen Storms mache ich natürlich auch die Ghost mit ihrem EMP oder so. Ja, genau. Wie mache ich das geschickt, das bisher, wenn ich es mal gemacht habe, habe ich ja nicht immer auf die Fresse bekommen. Also irgendwie reingelaufen und ja, war einfach fünf Ghost auf einmal wieder tot. Hast du ein Replay davon vielleicht, wo wir uns das anschauen? Weil ich glaube, die, die du mir geschickt hast, waren jetzt ohne Ghost halt. Ja, ja. Also ich meine, das ist eben bisher... Also Storms kommen relativ selten vor und eigentlich verliere ich auch bisher immer gegen Storms. Okay. Aber ich habe vielleicht fünf Spiele gespielt oder so, die ersten drei halt total verloren und die anderen drei halt mal das mit Ghost ausprobiert, aber... Okay. Also ich weiß, die sind halt irgendwo jetzt. Das weiß es nicht, wann die waren. Ja, was passiert denn genau? Triffst du die EMPs nicht oder sind die Storms vor den EMPs? Also zum Beispiel öfters mal passiert, dass ich treffe vielleicht die ersten zwei, drei EMPs, dann werden alle Ghosts gekillt. Auch wenn sie gecloaked sind bei den Observers, sehen die es ja ganz... Trotzdem sowieso eigentlich. Und dann renne ich mit dem Rest rein und meine, okay, gut, ich habe hier ein paar EMPs und dann stehen auch mal fünf rum. Und dann, ja. Okay. Weil, irgendwie hat keine Ahnung. Also wie viel, wie viel, also Templar werden dann gespielt, schon relativ viele. Wenn der Protoss es sich leisten kann, dann, ja, zehn, zwölf, kann schon sein. Dann hat er nochmal zwei in jeder Base, say, für Feedback und Storm. Okay. Doch, also vor allem Late Game. Storm ist halt unglaublich mächtig. Und das Tolle ist halt für Protoss, der kann halt die High Templar recyceln, nachdem sie leer sind, in Archons, was halt auch und nochmal 350 mehr Schild sind und Bonus Damage gegen gegen biologische Einheiten. Ja. Ja, gegen Storm, also du musst quasi die EMPs treffen oder eben perfekte Splits haben. Das Problem ist, gegen Bailinge zu splitten ist ja schon schwierig. Ja. Bei Stoa musst du halt diese 0,5 Sekunden, die es braucht, bis der High Templar die Cast Animation fertig hat, ausnutzen zum Splitten und dann musst du noch wissen, wo Stormtails genau hin. Vergiss es. Konzentrier dich da wirklich lieber auf die, also snipen geht gar nicht, lieber dann auf die EMPs und generell, du hast recht, das sind immer Observer, bevor du jetzt einen Protoss angreifst, eine Protoss Armee, du scannst sie. Immer. Okay. Also du rennst nicht blind rein. Wenn du keinen Scan hast, dann renn wenigstens mit einem gestimmten Marine rein. Du musst sehen, wie ist die Armee aufgebaut. Wo stehen die Kolosse, wo stehen die High Templar oder wo sind die Disruptoren? Hat er zu viele Adepts? Kannst du überhaupt angreifen oder würdest du sterben? Ja, ja, okay. Und wenn du dann scannst, dann siehst du, okay, wo sind die High Templar? Wenn sie fehlen, dann Achtung! Also wenn du weißt, dass er High Templar spielt. Wenn du jetzt das Templar Archive gesehen hast oder du hast schon gesehen, okay, er hat High Templar geworben oder gebaut und du scannst deine Armee und die fehlen, dann würde ich sofort zurückziehen, pre-splitten, quasi wirklich Instant Panic Modus. Weil es kann sein, dass die versteckt sind, dann ist nicht schlimm. Es kann aber auch sein, dass er dich mit den High Templern flankieren will. Okay, ja. Und das gleiche solltest du mit den Ghosts machen. Also hab zwei, drei Ghosts abseits deiner Hauptarmee und abseits der anderen Ghosts für eine Flankierung, weil damit rechnet der Toss nicht. Gar nicht. Also in den meisten Fällen nicht. Und wenn die dann von der Seite reinkommen, vorne im Angriff und plötzlich piu 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 alles EMP'd und dann stimmst du rein, das ist halt GG. Ja. Ich würde auch nie mit allen Ghosts laufen. Also du hast dann zum Beispiel zwölf Ghosts und wenn du jetzt irgendwie angreifen willst, dann nimmst du bloß die ersten zwei, drei davon und rennst mit denen rein. Weil wie du gesagt hast, häufig passiert das, du greifst irgendwie an mit den Ghosts und verlierst sie alle. Und drei Ghosts machen genauso viel Schaden wie zwölf mit den EMPs. Wenn jeder von dieser drei, vier EMPs trifft, je nachdem wie viel Energie der Ghost hat, kann einer auch zwei schmeißen. Da brauchst du nicht sofort zwölf nehmen. Dann lass die zwölf, dann lass lieber von diesen zwölf, neun hinten für weitere EMPs oder Cloak oder was weiß ich. Als Bonusschaden gegen Adapt zum Beispiel sind die auch unglaublich gut. Okay, ja. Und die haben auch relativ weite Range, die kommen deutlich weiter als die Marines. Leider glaube ich, haben sie bloß Range 6 genau wie eine Maraudeur, was ich auch nicht verstehe. Also sie sollten sieben haben, glaube ich, aber ich glaube, sie haben wirklich bloß Range 6, was halt echt wenig ist. Der Sniper hat zehn, aber Hey Templar kann es nicht snipen. Das funktioniert einfach nicht. Das ist traurig. Also geht es nicht oder ist es einfach nur schwierig? Wenn der Protoss nicht reagiert, geht es. Aber ich habe das probiert. Der Ghost Snipe braucht halt 1,43 Sekunden und hat eine Reichweite mehr als der Feedback vom High Templar. Das heißt, der High Templar feedback den Ghost bevor der Snipe durchkommt und selbst und dann ist halt der Snipe gecancelt wegen dieser blöden Mechanik, dass Snipe nicht unterbrochen werden darf. Okay, ja. Ja, deswegen ist Snipe leider nicht mehr viable als Counter. zu High Templar. Was halt doof ist, du kannst dir wirklich nur noch EMP'n und dann kannst du nicht mehr im Merkscheid snipen, weil früher ging das. Da hast du einen EMP geschmissen und einen Snipe hinterher gefeuert als Cast. Und der war tot. Und jetzt geht das halt nicht mehr. Das heißt, du wirst den snipen, äh, EMP'n und dann morpht er mit einem anderen zu einem Archon und dann musst du nochmal vier EMPs hinterher schmeißen, bis du den Archon töten kannst. ist leider so. Okay. Was ich jetzt auch nicht weiß, warum du zum Beispiel da die Ballacks vorne hast. Also da hat sich das Open-Empferd... einen Wall-Off machen, aber das ist halt auch eine relativ breite Wall gewesen. Ja, das stimmt schon. Also ich mach hier immer mit Supply-Depots zu, indem ich zwischen den Mineralien und dem Gas hier ein Depot baue und dann vom Gas zur Rampe. Da hast du dann nochmal zwei Depots, einen Bunker und noch ein Depot und dann ist zu. Du hast doch dann die Rampe nicht komplett an der Front gecovert, aber das reicht meistens. Zumindest, dass die Adept nicht reinkommen. Okay, ja. Es ist okay. Wenn du ganz vorne zubauen willst, geht auch, aber ich glaube, das machen sogar ganz wenige Leute bloß. Okay, ja. Ja, hier macht halt das Oracle auch unglaublich viel Schaden. Ja, ich hab's halt nicht, also ich hab's halt, dass der nicht gescoutet hier. Und ich hab gesehen, da kommt irgendwie irgendwas, irgendwas Cheesiges, weil da keine Base da war und hab halt deswegen nochmal eine Barracks mehr gebaut. Ja. Bist du mit dem SEV rübergerannt? Ich glaub schon. Mit dem, ne, mit dem Reaper auf jeden Fall. Ah ja, mit dem SEV nicht. Gegen Protoss willst du mit dem SEV, das die Barracks baut, rüberrennt zum scouten. Ah, okay. Also wenn, sobald die Barracks fertig ist, SEV, das die Racks baut, geht scouten. Weil dann siehst du, hat er eine Base genommen oder nicht. Und wenn nicht, gehst du hoch, scoutest die Gase. Also wenn es zwei Gase sind, was dann meistens der Fall ist, dann kommt irgendwas Proxy oder All-In-mäßiges. Hier ist es jetzt zwei Gateways. Ich weiß nicht, warum er Stalker baut. Den Bild, den er spielt, ist normalerweise Oracle Adapt Attack, wo er dann mit dem Orakel und drei Adepten deine Front angreift. Was halt unglaublich mächtig ist, wenn du nicht genug Marien zahst. Oder im Bunker. Also es macht, es kann absurden Schaden anrichten. Weil der Reaper ist eigentlich für manche Fälle zu spät. Also wenn er jetzt zum Beispiel, oder wenn er jetzt diesen, was auch sein kann, ist, dass er zwei Adepts spielt und mit dem Mothership Core rüberrennt, die Probe, die vor Scouten war, irgendwo parkt und dann drei Pylonen an deine Rampe setzt. Mit den Adepts verhindert, dass du sie tötest und dann kommt Pylon overcharge und dann reißt dir die ganze die Rampe halt weg. Die Depots und je nach Spawning Location hier jetzt vielleicht nicht den Reaktor, aber wenn du da gespawnt wirst, wo er ist, dann stirbt auch der Reaktor weg und das musst du halt sehen und da ist das SEV schneller. Das gibt dir mehr Zeit, um mit dem Reaper zu sehen, okay, weil mit dem Reaper kannst du dann nach Proxys gucken. Ja. Wenn das SEV an der Natural parkt und sieht, okay, wann will er die Base nehmen oder wann rennt er raus, schickt er eine Probe rüber, falls er noch nicht eine hat oder den Mothership Core oder zwei Adepts, du siehst halt mit dem SEV dann was kommt, falls was kommt. Wenn nichts kommt, dann ist es meistens ein Proxy. Wenn was kommt, dann siehst du schon, was kommt. Und dann kannst du dich halt darauf vorbereiten. Und wenn jetzt, wenn er jetzt One Base bleibt, was er jetzt hier nicht macht, aber normalerweise, wenn du One Base scoutest, würde ich raten, die Natural zu evakuieren und oben im Bunker hinzubauen. Orbital Command, dann morphen. Du kannst es auch erst morphen, aber ich, ja, kommt drauf an. Geht beides. Macht keinen großen Unterschied. Vielleicht morphst du das wirklich zuerst. Und dann hast du halt oben im Bunker und bist erstmal sicher. Du musst halt bloß dafür dann gucken, dass du draußen irgendwas hast, ein Reaper oder ein SEV zum Scouten, wann nimmt er seine Base, damit du keine Scans werfen musst. Weil sobald er die Base nimmt, weißt du, okay, Aggression ist vorbei, jetzt kann ich dann irgendwann, wenn du Stirm hast, rauspushen und dann bist du vorne. Du hast dann Doppelordel Command, du darfst nur nicht zu lange warten, bis du ausbrichst. Sonst ist ja Protoss wieder vorne. Ich gehe halt immer gegen One Base selbst auf One Base, weil Two Base zu verteidigen gegen Protoss ist unglaublich schwer. Und in den meisten Fällen verliere ich dann einfach. Und das muss nicht sein. Also du musst nicht zwei Locations verteidigen, wenn du auf einer immer noch vorne bist, weil dein Tag halt besser ist oder was. Ist mir das auf einer Base als Terraner? Wenn er ein All-In spielt, dann hat er vielleicht, spielt er ein Void-Ray All-In, dann hat er halt Stalker ohne Upgrades, Adapts ohne Upgrades oder ein Void-Ray oder mehrere Void-Rays. Aber du hast halt dann irgendwann Medivacs und Stim-Marines mit Marauder, Widow Mines. Das ist halt Tag und ein zweites Orbital Command. Du darfst halt nur nicht zu lange warten, weil durch das Orbital Command, ja, du ziehst zwar dann Worker zum Counter Repair, also das musst du eigentlich dann auch auf jeden Fall machen, das schadet auch nix dann, vier SUVs an dem Bunker schon stehen zu haben auf Auto Repair, weil das kannst du dir leisten durch die Doppel Mules. Ist es in Ordnung, SUVs zu pullen? Es ist auch in Ordnung, acht SUVs zu verlieren oder zehn, wenn du es verteidigst. Je nachdem, wie gut du es verteidigst, aber es ist in Ordnung. Du darfst diesen Schaden nehmen, weil du bist dann immer noch vorne. Das war ja das, was ich vorhin gesagt habe, gegen TVT. Wenn du zehn Worker tötest und der Gegner hat immer noch zwei mehr, das gleiche ist hier im TVP mit dem All-In. Wenn er Schaden macht und du bist immer noch vorne, dann kannst du es dir erlauben, den Schaden zu nehmen. Okay, ja. Also da keine Angst haben, ein paar SUVs zu opfern oder einfach nicht an den Mineral Lines zu haben. Du hast dafür Doppel Mule, das ist komplett in Ordnung. Ja. Wie ist das im Turmbauen hier von der Engineering Bay? Wie kriegen die zeitlich noch hin? Also wenn ich das hier Stargate sehe, wenn das fertig ist, reicht es dann noch von Engineering Bay zu bauen plus Turm wahrscheinlich nicht mehr. Nein, nein, das ist zu spät. Also du musst quasi, das Schöne ist, das Schöne ist, wenn du weißt, es ist One Base, bleibst du ja One Base. Also solltest du, musst du nicht, du kannst, ist deine Entscheidung, ich gehe One Base und dann brauche ich schon mal kein Turret unten. So, das heißt, ich brauche bloß einen oben und durch das SUV siehst du ja, aha, er ist One Base. Alles klar. Und dann gehst du hoch und siehst, wenn du zwei Gates siehst, ist es meistens kein Orakel. Hier ist es jetzt eins, ich weiß nicht, hat er schon eins gebaut gehabt? Wie viele hat er denn? Eins. Also der Bild von ihm ist schon mal sehr, sehr seltsam. Weil er baut zwar ein Proxy, aber sein Stargate ist so unglaublich spät. Weil sein Bild halt so komisch ist. Also, nochmal, jetzt könnte ein Oracle bei dir reinkommen. Bei 330, 340 ungefähr. Wenn es Proxy-Orakel ist, mit nur einem Gateway und halt wirklich Proxy-Orakel-Bild, dann kann es bei 330 reinkommen. Ebay braucht 29 Sekunden und der Turret, oder war es 21? Wir können gucken, du baust gleich eins. Schau mal, damit wir ganz genau wissen, wie es ist. So, das Ebay braucht 25 Sekunden. Wo siehst du das jetzt? Ich drücke aufs Ebay drauf und dann über den, über diese, über diesen Balken, da wird es dir angezeigt. Ah, okay. Ja. So, und Turret sind 18 Sekunden. Also, sagen wir mal 45, bis das SEV hinläuft. 45 Sekunden. Und dein SEV wird sehen, okay, es ist One Base, wenn es reingeht, bei ungefähr 2.15, glaube ich, wird das SEV reinkommen. Oder vielleicht sogar 1.50. Geht hoch, sieht Doppelgas, ein Gateway und dann weißt du schon, okay, ist das irgendwas Proxy. Und dann ist es, wenn du auf One Base bist, nicht schlimm, eine Ebay und ein Turret zu bauen. Auch, selbst wenn er, wenn er eine Proxy Robo spielt, kannst du es dir leisten. Es ist zwar nicht ideal, aber es ist in Ordnung. Und dann siehst du ja schon, wenn bei 3.30 bis 3.40 kein Orakel drin ist, dann kannst du dich schon darauf vorbereiten, okay, es muss was anderes sein. DTs oder Robo. Die ist dann auch okay. Wir werden sehen ja. Ja, genau. Außer halt an der Front, aber mit Doppel Orbital hast du dann Scans, wenn du nicht, also je nachdem oder kannst da noch, das musst du halt dann gucken. Du hast halt den Reaper draußen zum Scouten. Irgendwas musst du irgendwann finden. Ja, ja. Fängt er die Basis genauso dann an, zwei zu bauen wie ich? Ist das vom Timing ja dasselbe? Er baut seine Basis vor deiner normalerweise. Das heißt, das SCV, das reingeht, sollte die Basis auf jeden Fall sehen. Ich glaube, der Nexus ist dann halbfertig, ein Drittel fertig, sowas in den Dreherum, wenn man in ein SCV reinkommt. Ah, okay. Ja, und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es schon super spät, weil Nexus normalerweise, wenn er halbfertig wird und du siehst nicht, dann ist halt, dann macht er irgendwas anderes gefährliches. Okay, ja, das ist gut zu wissen. Also es reicht gegen Proxy Orakel, wenn du dir die Ebay baust bei 2,45 und direkt danach den Turret und wenn dann kein Orakel kommt, dann siehst du, okay, es muss was anderes sein. Es ist auch in Ordnung, wenn du am Anfang ein SCV, also nach dem, das Rex SCV, scoutet seine Mainbase und parkt in der Natural und dann kannst du den Reaper nehmen zum Scouten und du kannst noch ein zweites SCV zum Auchscouten für die Map nehmen, damit du halt schneller den Proxy findest, was es ist. Mach ich häufig. Vor allem auf einer Map, die so groß ist und so viele Proxy hat. Er kann halt, er kann halt zum Beispiel hier Proxy haben, hier Proxy haben, hier Proxy, er könnte dreist sein und hier Proxy bauen oder hier oder hier. Manche bauen es auch dorthin oder hier oder dort. Das ist alles da. Wo sie halt wollen. Direkt hier. Ein Reaper ist zwar schnell, aber es dauert sehr lange. Und wenn du ein zweites SCV schickst, weil dann kann der Reaper zum Beispiel die Klippe hier unten runterlaufen, rechts scouten und das SCV scoutet links. Und dann findest du meistens den Proxy schon, weil er muss ja irgendwo in deiner Nähe sein, sonst wäre es kein Proxy. Dann könnte er es auch in seiner Base selbst bauen. Ja, klar. Und wenn du es dann siehst, genau, dann weißt du, okay, jetzt muss ich das machen. Also gegen Robo würde ich zum Beispiel Tanky Vags und Liberator spielen, also erst ein Tanky Vag und dann vielleicht einen Viking, kommt drauf an, Viking ist halt gut gegen War Prism, brauchst du aber nicht zwingend, Liberator ist fast besser. Gegen War Prism, ja. Ja, nee, aber das War Prism wirst du meistens eh nicht killen können. Sobald er den Viking sieht, warpt er nämlich Stalker rein und dann verteidigen die Stalker das War Prism gegen den Viking. Aber wenn du einen Tanky Vag und einen Liberator mit Marines hast, wird es schon viel schwieriger für ihn. Egal ob mit Adapt, Stalker oder War Prism, Immortal. Du musst halt nur gucken, dass du den Tank am Leben erhältst mit dem Medivag und die Marines nicht sinnlos tradest. Also Tanky Vag ist das Wichtigste und dann kannst du gerne auf zwei, drei Tanky Vags gehen. Wenn dein Micro gut ist, reicht sogar ein Medivag für drei Tanks. Also wenn du wirklich gut mit den Tanks jonglieren kannst, dann reicht es, um die safe zu halten. Okay, ja. Du baust halt zwei Medivags, ist auch in Ordnung. Aber ich würde eher auf Liberator gehen, weil die halt gegen alles Mögliche gut sind. Also es ist noch okay gegen Oracle. Ist jetzt nicht perfekt, aber es ist halt Schaden, den er jetzt nimmt, wenn er reinfliegen würde. Ja. Gegen Voidraise sind sie ziemlich scheiße, muss ich ehrlich gestehen. Also Voidraise counter und Liberator ganz hart. Aber du siehst ja mit dem... Machen die gegen Armored mehr Damage? Ja, vor allem mit diesem Prismatic Alignment machen die normal sechs Schaden extra jede Sekunde oder zehn. Es ist sehr viel. Aber da würde ich halt so an Scouting gehen, wenn du sagst, hier mit All-Ins hast du auch ein bisschen Probleme. Ja, schon so. Also es gibt mal ein paar Sachen, also was ich halt irgendwie dann ganz oft mache, ist so ein paar Wiederminds, weil die irgendwie... Da habe ich oft genug gesehen, also vor allem gegen Terran oder so, die Raffen ist dann irgendwie nicht, wenn da so viele Marisa vor der Tür stehen und das funktioniert eigentlich ja noch relativ ganz gut, dann läuft der mal da rein und dann... Ja, das stimmt. Aber ich weiß ja nicht, wie lange das noch Viable ist, also mit so... Wenn ich irgendwie dann noch ein bisschen bessere Ligen spiele, ob die das dann Trafen... Also das war jetzt ein, glaube ich, ein Diamond-Spieler. Und der hat ja dann die... Das war's, das ist noch gut Viable. Wird um ein Marine-Drop doch. Gebt uns gut. Okay. Hast du sonst noch irgendwelche Fragen, die du jetzt noch kurz vorher... Nö, war auf jeden Fall interessant. Okay. Äh... Was mir auch öfters passiert, wenn ganz am Anfang ein Arbeiter kommt und mein SUV an der Barracks angreift. Da habe ich ihn schon so oft verloren. Okay. Was macht man da? Also wenn ich... Oder es ist passiert, dann ziehe ich mit einem anderen SUV hinzu und dann vergesse ich das Orbital oder vergesse dann den Reaper zu bauen oder so. Also das stresst mich total. Okay. Was gibt's da irgendwie so eine total simple Lösung, was man gegen so ein... Du kannst wirklich bloß weitere Worker ziehen. Also wenn du früh genug einen Worker ziehst, dann reicht das meistens, dass er deinen nicht mehr angreift. Ja. Ähm... Ich beobachte das halt dann meistens. Also wenn ich zu spät ziehe, muss ich zwei ziehen, weil einer muss dann... Ich muss dann den auf der Barracks zurückschicken. Einen anderen an die Barracks hin, deswegen ziehe ich gleich zwei und der zweite verfolgt dann diese Probe oder was. Wenn du früh genug ziehst, reicht das, wenn ein SUV seine Probe oder SUV oder was auch immer dich nervt, angreift. Ähm... Und dann beobachte ich, wie läuft der Kampf. Weil wenn er auf meinem SUV, dass die Barracks bleibt, angreift, irgendwann ziehe ich es dann von der Barracks weg. Ich hab halt da so ein Hotkey für Stopp bauen. Ich hab den bei mir auf T. Und dann greife ich mit beiden SUVs an. Und sobald er umdreht, sofort wieder an die Barracks hin. Meistens... das Micro, weil sie halt hinten Makron müssen wollen. Und die Probe stirbt dann gegen meinen Doppel-SUV-Angriff. Also wenn mein SUV bei 20 Leben ist oder vielleicht bei 15, je nachdem wie schnell ich gezogen hab, und er greift immer noch an, dann nehm ich das Barracks-SUV auch noch mit zum Angriff. Okay. Und wenn er dann aufhört, dann sofort wieder zurück zum Bauen mit dem Angeschwächten. Das passt schon. Oder halt, ja, töten und fertig. Also, was Simpleres geht da leider nicht. Wenn's dich stresst, musst du halt gucken, wie du damit am besten umgehst. Da gibt's keine schönere Lösung, weil's halt so früh im Spiel ist. Aber halt gerade einfach ein Ding hin und... Ja, wenn du früh genug eins, wenn deins schon halb tot ist, dann musst du zwei ziehen. Hilft da nichts. Okay, ja. Ja, genau, stimmt. Was mir auch öfters passiert ist in letzter Zeit, das ist so Road Ravager all in auf zwei Basen. Auch wenn ich's... Auch wenn ich's halt mit Dings gescoutet hab mit dem Reaper oder so, wenn ich halt sehe, dass das halt direkt auf ein Spawning Pool kam oder so, war's dann halt immer noch so, dass ich's einfach nicht halten konnte. Was halt auch ganz oft danach war, wenn's dann so strategisch, dann verkage ich's dann mit Einheiten bauen oder so. Ja. Nee, stimmt, hab ich gesehen. Ja, genau. Da hab ich, glaube ich, sogar zwei Replays dazu gehabt, ja. Ähm, das Ding ist, du siehst, der Road Ravager kommt bei 2,30 runter, was halt super, wie du gesagt hast, fast direkt nach dem Pool ist. Und das hast du gescoutet. Ähm, selbst wenn du's nicht scoutest, siehst du, wenn die Echse bei 3,30 nicht da ist. Ja. Panik. Also, vielleicht wartest du noch 10 Sekunden extra, weil nicht jeder in deiner Liga Super Crisp spielen wird, aber insgesamt 3,30 sowas, und dann weißt du, okay, es muss was sein, und dann schmeiß einfach einen Scan. Das kannst du dir leisten. Ja. Schmeiß einen Scan, nimm den Reaper, versuch zu sehen, was kommt. Es reicht dir auch schon, zum Beispiel auf der Map jetzt, wenn der Reaper hier draußen steht. Mhm. So, wenn du ihn jetzt nicht an Speedling verlierst und die Roaches siehst, bevor er die Hedge nimmt, dann weißt du, okay, Panik, dann baust du daheim zwei Bunker, einen vorne, einer weiter hinten, ja. Und instant nicht auf Widowmines, geh auf Tankiwax. Gegen Roach, Revital, entweder Tankiwax oder Banshee. Tankiwax ist halt die schönere Variante, weil du besser mit dem Tank rummachen kannst, und wenn er abhauen will, kannst du ihn verfolgen. Der Tank ist auch nützlicher später, nachdem du gehalten hast, als das Banshee. Ähm, ich spiele halt diesen Hotstyle, wo ich auf Banshee gehe, ich kann das dann auch gut halten, ich verliere dann auch zehn SEVs, macht aber nichts, weil ich ein frühes drittes Orbital spiele bei 330. Da darf ich die SEVs verlieren. Wenn du Tankiwax spielst, ich würde Tankiwax spielen. Der Tank wird fertig sein, wenn der Angriff kommt, das Medivac wird ein bisschen länger dauern. Da musst du halt dann wirklich gucken, Constant Marines, zwei Bunker bauen, von mir aus brauchst du auch drei Bunker, ist wurscht, du brauchst halt die Zeit fürs Tankiwax. Und dann immer schön Counter Repair und die SEVs nicht an den Corrosive Biles verlieren, weil das tut weh. Also wenn die runterkommen, auf die SEVs zurückziehen und dann sofort wieder hin. Und dann kannst du es eigentlich ganz gut halten. Okay, ja. Weil du hast häufig Marines gehabt und einen Reaper und einen Minen und das funktioniert einfach nicht. Du brauchst Tankiwax. Also du hast es eigentlich bloß die falsche Komposition und dann noch zu spät. Okay, ja. Ja gut, Rost. So, was hat denn noch Rost? Ja genau, das haben wir jetzt eigentlich gerade gehabt, im Endeffekt. Also so aggressives Zeug macht mir eigentlich Spaß, ne? Aber ich hab, ich hab, weiß nicht, ich kennst du bestimmt auch die, wie heißt, Staircase oder so. Ja. Das ist ja da eigentlich nur makroorientiert, ne? Und das finde ich auch gar nicht so schlecht eigentlich, ne? Weil das ist ja schon eine Sache. Kriegt mir nix, wenn ich mit T-Rex Reborn irgendwie Schaden mache und dann Ende noch, mit dem Kopf noch 12 Arbeiter habe. Ja, und dann noch hinten bist, genau. Also ich weiß zwar, dass das unglaublich viel Spaß macht, zu Micron und Schaden zu machen, aber versuch so zu sehen, wenn du ein gutes Makro hast, hast du noch mehr Einheiten, die du Micron kannst. Und dann macht's noch mehr Spaß. Ja. Aber so aggressiv trainieren, also so aggressiver trainiere ich das auch? Oder wie macht man sowas? Das kommt mit der Zeit. Ich würde wirklich erstmal auf dein Makro mich fokussieren. Weil das ist, was dich am schnellsten, am weitesten bringt. Ja. Und dann versuchst du immer aggressiver und schneller zu spielen, während du dein Level an Makro hältst. Okay, ja, ja. Also generell, ich schreibe dir noch ein paar Timings auf, wo du jetzt gucken willst, oder ein Timing, bei sieben Minuten willst du 100 Supply haben. Okay. Und bei neun Minuten kannst du, je nachdem wie das Spiel geht, sag mal bei neun bis neun dreißig kannst du Maxed sein. Okay. Genau. Bei den zwei Minuten macht man noch 100 Supply. Das ist so krass. Ja. Wenn du dann die acht Barracks hast und voll Makro, ist es machbar. Ich hab's ausprobiert, das geht. Und wenn du mal Profis anschaust, Björn zum Beispiel oder was, spielt keine Rolle, welche Rasse. Aber bei Terran und Protoss ist das mir häufig aufgefallen. Bei Minute sieben haben die 100 Supply, außer das Game war ganz komisch, aber bei nem Standardgame. Und dann guck mal, wann sie Maxed sind. Und es müsste zwischen neun und neun dreißig sein. Okay, krass. Also, ich hab's dir aufgeschrieben, schau mal drauf, ob das passt, aber es müsste in den meisten Fällen so sein. Okay. Für jedes Spiel aber meistens. Und du machst wirklich so viel Supply in dieser kurzen Zeit. Das ist unglaublich. Und wenn du jetzt guckst, der Zerg, den wir auf uns vorher angeschaut hatten, der hatte bei 3900 Supply. Und wenn du da dann 200 mit 2,2 Upgrades hast, ja. Ja. Dann machst du noch den Multiprom-Attack. Das ist fertig. Das Gewinn ist locker. gar kein Thema. Ja, coole Sache. Ja, auf jeden Fall viel langes Sohn. Schon mal, glaube ich, es ist immer mit der Sturischen die Jungs- und 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 gut durch, ja. Ja, also, ich will viel Dank, was so interessant. Wieder gern nochmal machen oder so, ne? Okay, ich würde 5 Euro eine Stunde, ne? Derzeit, ja. Ja, genau. Das wird auch noch so eine Weile bleiben. Ich möchte jetzt erstmal selbst für mich üben, auch, dass ich das gescheit machen kann. Da wäre es halt unverschämt, schon mehr zu verlangen. Ja. Irgendwann werde ich dann hochgehen, aber erstmal sind es jetzt 5 Euro. Ich denke, das ist ganz in Ordnung. Ja. Und guckst halt mal, wie du jetzt vorwärts kommst. Genau. Über Feedback würde ich mich da natürlich gern freuen. Und falls du willst, kannst du noch, irgendwo, ich weiß nicht, wo hast du nicht gelesen? Reddit, Battle.net, Team Liquid? Team Liquid war das, genau. Ja, da geht es jetzt leider nicht, weil die haben gesagt, ich soll in diesem einen Thread posten, wo halt alle anderen posten. Aber vielleicht kannst du, wenn du Lust hast, auf Battle.net oder Reddit, ich kann dir die Links schicken, irgendwo dort so ein kleines, so eine Rezession schreiben. Das würde mir unglaublich viel helfen. Sei ehrlich. Das ist das Einzige, was ich dich bitte. Sei ehrlich. Also wenn du sagst, das war gut und das war schlecht, damit kann ich am meisten anfangen. Ehrliches Feedback dann eben. Ja. Also wie gesagt, was wir ja auch noch quatschen wollten, also was für Build-Orders, würde ich so, was sind so Anfänger-Dinger, also dieses Zwei-Marines-Drop-Ding da, das finde ich eigentlich mit der, also die läuft natürlich noch nicht perfekt, aber die fand ich eigentlich nicht allzu kompliziert, die ging ganz gut. Ja. Und das ist halt auch ein bisschen mehr, wie, also was ich ja die ganze Zeit gespielt habe, eigentlich war eben mein Reaper-Fast-Expand und dann halt, wie ich wollte so, ne. Und das, ja. Genau. Also ich schicke dir jetzt mal die Builds raus. Zwei davon sind eigentlich der gleiche, das ist die 16 Marine Drop. Also den habe ich mir im Salt gemacht. Okay, ja. Irgendwo rauskopiert gehabt. Das ist den Double Drop vs. Protoss, das ist der andere. Also das sind die beiden für TVP und TVC und für TVT würde ich eher sagen, da spiele ich im Moment gerade immer Garth First und mache dann halt ein bisschen so mit, gleich halt die Barrick, äh, die, die ganz, ähm, Factory. Ja, ja, das ist, das ist so wichtig, Garth First, da muss sofort aber auch die Factory kommen. Ansonsten brauchst du kein Garth First spielen. Ja, nee, so mache ich es auch. Also Garth First, dann Rex und dann irgendwie einen Marine und dann halt danach nochmal ein Reaper oder so. Ja. Aber, aber, mehr mache ich dann halt auch nicht, ne? Das sind, an Darp, dann baue ich halt, wie ich Lust habe. Okay. Also du kannst, du kannst, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich bei mir auf dem Kanal schaue, schon ein Video habe, wo ich die Build Order spiele. Es gibt, es gibt eine Build Order, die ist jetzt hier nicht im, äh, im Spawning Pool, äh, Draußen. Spielt der hier, spielt der einen Cyclone? Nein. Spielt der dann Hellions? Widowmine. Widow, Doppel Widowmine. Boah, gut. Also was du spielen kannst, das ist auch ein Garth First, wäre jetzt T-Vice-111, der spielt halt dann Globe Benji, für Early Harrahs. Du kannst allerdings auch statt dem Benji, ähm, einen Raven bauen und dann mit der Factory einen Tag Lab und einen Cyclone, damit du safe bist. Also wenn du jetzt sagst, du willst dich hier auf Makro konzentrieren erst mal, dann spielst du statt der Benji einfach einen Raven, spielst einen Cyclone und danach einen Viking und einen Tank, während du halt konstant Reaktor Marien raushaust und die Base halt ganz normal, dass du das Natural ganz normal nimmst nach der Barracks. Ja. Also ne, nach dem, äh, Starpot oder was, es ist ja ein 1-1-1. Ja. Da musst du halt gucken, obwohl wenn es ein 1-1-1 ist und du gehst sofort auf Raven, ja gut, ich würde fast doch eher Benji spielen, vielleicht Benji und dann, äh, den Raven. Raven habe ich noch nie gespielt, das weiß ich gar nicht, was der eigentlich kann. Der Raven, der Raven ist halt schön, weil er macht dich safe gegen Clock Benji, mit dem Auto-Turret hat er unglaublich hohe DPS zum Verteidigen von irgendwelchen All-Ins. Ja, okay. Äh, und er ist einfach unglaublich stark. Und das Schöne ist, wenn du halt Raven und Cyclone hast, dann bist du auch safe gegen Clock Benji und du kannst beide zeitgleich bauen, weswegen du dann nicht die eBay und die Turrets brauchst, weil du halt dann überall Detection hast. Ja, ja. Ja. Genau. Ja, okay. Äh, gut, dann kann ich mir mal ein bisschen gucken, was da so läuft. Genau. Und der, der macht auch, ähm, Final Barracks. Ja. Gar keine Factory, oder die kommt urscht? Doch, Orbital und dann Factory. Steht bei 1,35. Hinter dem Komma, weil es direkt dahinter ist, weil es hat halt irgendwie blöd geschrieben, aber ja. Äh, okay, passt. Gibt's auch ein Salt? Ja, sehr gut. Ja. Ja, dann probier ich das mal ein bisschen. Also gerade, glaube ich, also dass ich so ein bisschen roten Faden hab, so, an dem ich halten kann und dann halt irgendwie früh ein paar gescheite Units draußen hab, ist glaube ich auch nicht schlecht. Genau. Ja, okay, passt. Cool. Ja. Gut, also vielen Dank dir. Äh, dann melde ich mich irgendwie nochmal, spiele ich erstmal eine Woche mal, ein bisschen so rum. Mhm, genau, schau's mal. was da geht und dann, dann, wenn du mir die Links noch schickst, wo ich, äh, irgendwas, ähm, das, genau, das mach ich dann auch. posten sollte oder so, ja. Mache ich dann auch gerne. Freut mich, danke. Okay. Okay, cool, super. Also schön, ab dir noch, äh, und, da hört man sich wahrscheinlich nächste Woche, denke ich mal, ne? Alles klar. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Gut, danke. Wir sehen, ciao, ciao. Mach's gut, ciao. Ciao.